Worin erfahren wir Schmerzen? Worin, warum erfahren wir Zweifel? Weil wir über die Dinge urteilen. Was wäre, wenn du über nichts mehr urteilst, was dir geschieht? Schau, wohin bringen dich deine Urteile? Haben sie dir wirklich mal die Freiheit gebracht, die du so sehr erhoffst? Haben sie dir wirklich das Glück gegeben, nachdem du suchst? Wo haben dich deine Urteile hingeführt? Wie wäre es, wenn du jeden Morgen aufstehst mit den folgenden Gedanken und dir sagst, hey, heute will ich über nichts urteilen, denn ich will frei und glücklich sein. Und je öfters du diese Gedanken sprichst, denkst und fühlen willst, was sie wirklich bedeuten, dann wird dies in deinem Geiste Früchte tragen. Denn alles, was ich denke, vermehrt sich. Wenn ich morgens aufstehe und über irgendjemanden nachdenke und verurteilend über diese Person nachdenke, werden sich diese Gedanken mehren. Und ich werde genügend Beweise finden, warum mein Urteil gerechtfertigt ist. Wenn ich alle meine Urteile aufgebe, wenn ich mich entscheide, heute möchte ich über nichts mehr urteilen, dann ist erstmal Stille in meinem Geist. Und die Gedanken und das Verständnis, was es bedeutet, nicht mehr zu urteilen, wird sich in meinem Geist vermehren und seine Früchte tragen. Und je mehr wir urteilsfrei in diese Welt schauen, in unsere Beziehungen und in die Dinge der Welt schauen, desto deutlicher werde ich die Liebe, nach der wir suchen, erfahren. Mach dir nochmals klar, dass jedes Urteil, das du über einen anderen sprichst oder denkst, ein Urteil letztendlich über dich selber ist. Was du gibst, empfängst du. Was du empfängst, hast du gegeben. Was du säst, das wirst du ernten. Jedes Urteil, das du über einen anderen denkst, das denkst du unbewusst über dich. Und deshalb ist die Welt ein perfekter Spiegel deiner unbewussten, noch ungeheilten Anteile. Du erfährst immer nur das, was du über dich selber denkst. Und du kannst das verändern, indem du dir heute und immer wieder und immer und immer und immer wieder erlaubst, heute will ich über nichts und niemanden urteilen. Ich möchte nicht mehr über meinen finanziellen Zustand urteilen, ich möchte nicht mehr in meinen Beziehungen urteilen oder über irgendeine Situation, sondern ich möchte alles in Freude empfangen.